und damit herzlich willkommen in diesem video möchte ich euch einmal ein bisschen was über spam und phishing erklären und euch mal ein paar beispiele zeigen woran ihr das eigentlich immer erkennen könnt ich habe mit absicht das wort cyberkriminalität hier in die video beschreibung mit reingenommen denn auch spam oder auch phishing ist eine art von angriff ihr könnt mit spam zwar jetzt niemanden direkt angreifen aber ihr könnt eben spam nutzen um möglichst viele leute zu erreichen also ihr solltet es natürlich nicht nutzen spam ist natürlich nicht erlaubt aber ihr könnt dadurch sehr viele leute erreichen und damit ist das risiko sehr hoch dass irgendjemand davon mal drauf klickt die meisten werden spam selbstverständlich erkennen einfach löschen und gut ist aber es gibt eben auch immer die wenigen die im meinungssinn kommen wir klicken mal drauf mal schauen was passiert und genau so einer spielen wir mal heute okay also so eine wilder heute nicht spielen ich habe mir jetzt mal ein komplett backup von meinem rechner gemacht denn ich bin mir sicher nach ende des videos habe ich einen virenverseuchten pc alles was ich im video mache vor allen dingen auf die links klicken und irgendwas runterladen das möchte ich euch ganz dringend ans herz legen macht das nicht denn wer das macht ist natürlich dann auch viren oder trojaner oder wurmverseucht oder was auch immer ihr euch da runterladet es wird auf jeden fall nicht gut ausgehen also wer das macht ja selber schuld macht das einfach nicht ich zeige euch woran ihr spam und phishing angriffe erkennt oder zumindest ist die einfache methode das was am meisten passiert und dann könnt ihr selbst entscheiden ob ihr drauf klicken wollt oder nicht gehen wir dazu doch bitte einfach mal in mein mail verzeichnis ich habe hier mal ein paar mails aufgelistet das sind junk mails die hat mein outlook in dem fall schon automatisch als junk mail erkannt und ja wurde jetzt halt in den junk mail ordner gelegt bei anderen anbietern nennt sich das spam ordner oder spam filter ordner oder was auch immer nur spam das ist halt einfach eine ja wie soll ich sagen eine überprüfung der mailprogramme wo automatisch überprüft wird kann die mail so wie sie gekommen ist überhaupt richtig sein da wird viele dinge kontrolliert zum beispiel so wie hier was der grund ist dass hier zum beispiel das weitergeleitet worden ist denn der peter hurst der hier peter hurst heißt hat nämlich wirklichkeit nicht eine e mailadresse was ich peterhurst.web.de sondern seine e mailadresse ist e v z a x h v at gas live.witz.ua so hier haben wir eine tolle e mailadresse sehr merkwürdig aber okay kann ja sein dass er halt nicht jeder erkennt hat er sich vielleicht so eine mailadresse gemacht also wer sowas bekommt sollte eigentlich hier schon also ich persönlich wenn ich sowas lese ich lese überhaupt nicht weiter bei dieser zeile hier oben hört es auf ich gehe auf löschen problem gelöst für mich gehen wir mal weiter der hat es weiter geschrieben nicht an den herrn ricardo thiel sondern an den th.winkler.uni-reisesender.de finde ich übrigens lustig dass es eine uni-reisesender.de gibt aber egal also vermutlich weil meine mailadresse auch mit unitedtrix.de ist die haben das uni vorne dran gefunden deswegen kriege ich ganz viele uni sachen ich habe eine zeitlang mal eine regel gehabt dass alles wo uni drin steht gelöscht wird war ein bisschen dämlich die regel weil dann auch meine eigenen geschäftsmails gelöscht worden sind aber lange rede kurzer sinn das ist also ein verteiler der peter horst hat heißt vermutlich auch nicht peter horst aber der peter horst hat an einen verteiler geschrieben und in dem verteiler steht eben meine mail mit drin und deswegen habe ich sie bekommen deswegen steht hier auch eine andere mailadresse wieder ein zeichen dafür dass hier irgendwas nicht mit rechten dingen zugeht und das e mail programm eben sagt moment mal das ist spam so wir können ja hier die blockierten inhalte mal zusätzlich anzeigen in wirklichkeit wird das ja gar nicht runtergeladen guck da ist hier der nette peter horst nehme ich mal an soll das sein er begrüßt mich erstmal letzte woche hast du mich gefragt wo ich potenzmittel bestellt habe ich wüsste zwar nicht warum ich sowas fragen sollte aber das ist ein anderes thema nur nur kam aus dem urlaub konnte nicht früher einen link senden link war auf meinem computer und dann macht er nicht extra der tut sich nicht hin nach und macht einfach den link rein sondern er versteckt den link extra für uns hier ist der link auf dem ich tabletten bestellen auf dem ich tabletten bestellen ja naja peter horst ist ein bisschen ja okay in diesem online shop nur hochwertige tabletten dieser satz kein werb aufträge tun ein paar jahre und immer alle sehr gute qualität und schnelle lieferung zu unserer stadt ahja was ist denn wenn ich nicht in der stadt wohnen egal also wenn der in dem alter schon potenzmittel braucht muss ich gestehen huuh na donnerwetter hallo schicken sie mir den link der apotheke wo sie tabletten mit der lieferung bestellt habe ich angeblich geschrieben mal um 23 uhr 6 mhm da hatte ich wohl gerade was anderes vor ähm am 17. mai 2018 das schöne ist er schreibt er war im urlaub am 17. mai 2018 habe ich ihm das angeblich geschrieben und er ist am 29.06. erst zurückgekommen also ich meine mit der potenz klappt es vielleicht nicht so sehr aber mit geld da muss er echt richtig viel haben weil wer so lange im urlaub ist äh ok also allein schon diese unterhaltung die angebliche unterhaltung da müsste bei jedem die alarmglocken handeln habt ihr euch jemals bei irgendeinem peter horst nach potenzmitteln erkundigt hm also spätestens hier müsste jetzt für jeden klar sein dass das keine anständige mail ist es sei denn ihr habt das natürlich wirklich gemacht na gut dann äh ja ähm was auch lustig ist diese e mail programme wenn ihr diese antworten unten rein postet also immer wenn ihr hier auf antworten klickt ich hab das jetzt gar nicht hier habt ihr antworten wenn ihr auf antworten klickt und diesen ganzen verlauf drin lasst dann werden ja wirklich solche striche gehalten was aber ein bisschen merkwürdig ist bei diesem e mail programm von ihm das wären mal mehr striche das wären mal wenige striche dann sind es wieder so viele striche obwohl überhaupt nichts kommt naja gut also etwas sehr merkwürdig denn das war ja dann laut diesen strichen irgendwie ja ein anhang von naja egal also das passt hinten und vorne nicht jetzt tun wir ihm doch mal den gefallen und klicken mal hier drauf jetzt gucken wir doch einfach mal er hat das ja von gaslive.biz.ua geschrieben und an das uni reisesender geschickt er will uns aber gerne das pharma sender.word unten links seht man das hier unten immer ne wenn ich die mauszeige drauf halte also pharma sender.word pharma sender dahin werden wir geleitet klicken wir einfach mal drauf das stimmt wir werden einmal weiter geleitet wir werden zweimal weiter geleitet und befinden uns jetzt auf deutsche pharma group ne deutsche pharma.group also auf eine ganz andere webseite wir haben uns also vermutlich für irgendjemanden gerade etwas geld eingebracht denn wir sind zweimal weiter geleitet worden bis wir hier sind er hätte mir ja auch einfach diesen link hier oben schicken können hat er aber nicht schon mal interessant dass wir jetzt hier auch wirklich auf so wie das aussieht irgend so einer ja pharma seite eben landen könnte vielleicht auch eine legale webseite sein das ist gut möglich aber durch diese weiterleitungen eben haben wir für irgendjemand anders einen klick auf die webseite ausgeführt was dann vermutlich zu geld geführt hat also wir haben gerade irgendjemanden geld geführt wer adresse an viagra hat ja kann sich das ja hier kaufen so sehr sieht das nicht gut aus weil viagra 100 milli ich kenne mich damit wirklich nicht aus aber ne das ist irgendeine andere verpackung ok wir wollen jetzt keine viagra kaufen sondern wir wollen einfach mal zeigen also der peter hurst der hier weder die richtige e mail adresse hat noch an und die richtige e mail adresse geschrieben hat so aussieht und viagra braucht ok ich würde sagen wir löschen die mail das ist eindeutig gewesen gehen wir doch mal weiter die frau silge bertram die frau silge bertram ist auch eine ganz nette frau die hat nämlich zwei vornamen die heißt nämlich silge der nachname ist bertram und auch jelena und der nachname nochmal helle weg oder haweleck oder irgendwie sowas also die hat zwei nachnamen zwei vornamen also hier heißt sie immer silge bertram und hier schickt sie halt von einer anderen mail also bis hier sollte jedem schon mal klar sein hier passt was nicht hier stimmt schon mal nicht hier stimmt schon nicht mal in der ersten seite nicht mal mehr die namen und dann haben wir hier das spreche ich lieber nicht aus ihr werdet euch todlachen haben wir eine domain da stehen gar kein problem wir machen das einfach so wir geben einfach mal die domain ein und gucken wir ob es die überhaupt gibt oh wir kommen auf eine strato webseite also webseite das ist ja wie soll ich sagen das ist wenn ihr euch eine domain bei strato reserviert habt ihr aber nirgendwo hin zeigen lasst dann kommt ihr halt immer auf die strato webseite und genau das passiert hier auch die domain selber existiert also nur ist kein server dahinter angemeldet oder eben der server oder der eintrag der dhcp äh der dns eintrag noch nicht fertig eingerichtet lange rede kurzer sinn das ist alles viel zu weit technik ihr seht also von dieser webseite habe ich angeblich eine rechnung bekommen beziehungsweise eine mail bekommen dass ich nur eine rechnung offen habe sehr lustig denn auf dieser webseite kann man gar nichts kaufen aber wir gucken mal weiter angenommen wir haben das nicht geprüft wollen wir die jelena namens silge bertram mal gucken guten tag dann sieht man hier so richtig schön wie absätze drin ist meinen namen herauszufinden im internet das ist wirklich überhaupt nicht schwer allein jetzt in diesem video steht hier oben schon mein vorname und wer auf meine webseite geht in mein impressum reinschaut wird sogar schon meinen nachnamen relativ schnell finden das heißt jetzt mein name irgendwo raus zu finden oder bei facebook danach zu suchen oder bei youtube oder wo auch immer das dauert vielleicht zehn sekunden also das da bin ich jetzt nicht so sehr überrascht dass hier jetzt mein name steht deswegen gucken wir einfach mal weiter an meyer halten sie ihre rechnung vom 25 juni für ihre mitgliedschaft mitgliedschaft bei strato oder wo meinen die also keine ahnung als doc dokument klar rechnungen schickt man ja immer als doc dokument niemals als pdf weil doc dokument kann man ja schließlich selber noch verändern ist ja viel einfacher also auch hier stimmt schon mal irgendwas ein doc dokument wird niemals eine rechnung sein weil die kann man wie gesagt verändern einfach so da könnte man einfach mal zahlen ändern das dann ausdrucken und sagen hier auf der rechnung steht was anders okay scheinbar ist die silge bertram das war scheinbar sehr früh nee das war schon ziemlich spät abends haben wir schon nach dem feierabend denn sie hat uns einen link geschickt das ist gar nicht von dieser domain sondern der link ist schon wieder woanders tasso media.com ist der link und gut gehen wir halt da mal hin das kann ja durchaus sein vielleicht war schon spät abends hat sich vielleicht vertippt oder wie auch immer ist ja kein problem klicken wir mal hier drauf ups die webseite gibt es auch nicht komisch das ist ja jetzt wirklich merkwürdig wollte solltet ihr mir etwas sagen dass vor vier tagen die webseite existierte ich was gekauft habe und jetzt ist sie schon pleite gegangen naja okay ich habe meine rechnung nicht bezahlt ne ich glaube ich habe groß mist gebaut na gut klicken wir wenigstens mal drauf ach schade die ganze domain ist wirklich offline war ich wohl ein bisschen zu langsam hätte ich am 25. draufgelegt hätte ich euch wetten können dass wir jetzt einen virus zum runterladen bekommen wirklich ein doc dokument weil es ist ja hier nichts angegeben keine doc also kein was weiß ich nicht rechnung punkt doc oder sowas sondern es ist wirklich nur ein verzeichnis angegeben das heißt wir hätten hier irgendein skript ausgeführt was einmal werbung für die jemanden macht oder klicks halt ausführt und im zweiten natürlich den download startet für irgendeine datei oder vielleicht eine ganze datei gruppe schade das können wir leider nicht zeigen aber hier haben wir eben diesen fall dass die domain gar nicht mehr erreichbar ist sehr merkwürdig niemals trotzdem auf links klicken nur weil da mein name drin steht das ist noch lange nicht seriös also frau silke jelena bertram wie auch immer zwei links und hier unten heißt es wieder silke bertram also jedes mal ein bisschen anders gut können wir löschen denke ich mal ist eindeutig jetzt gewinnen bmw x3 das ist ja lustig hier war ich mal so frei und habe das hier mal alles schon frei gegeben sonst hätte man das gar nicht sehen können wäre das dann einfach nur ein viereck gewesen normalerweise werden bilder immer blockiert bei spam warum auch die bilder runterladen kostet alles nur so viel also die frau oder der herr gewinnen bmw x3 die heißen scheinbar so war das ist ja der name die haben eine wirkliche also die haben so viel geld für die ganzen bmws ausgegeben und die bmw sparte und die x3 und so weiter die haben so viel ausgegeben dass sie nicht mal mehr eine eigene domain haben können aber wir sind wieder bei bits.ua ich sehe ein muster die wollten wir heute schon mal was von einem gewissen potenzmittel verkaufen kein problem die uw y a y l s at colisar.biz.ua gucken wir doch mal auf bits.ua was das eigentlich für eine tolle webseite ist die verkaufen potenzmittel und empfehlen mir bmw x3 ups die gibt es gar nicht das ist ja komisch dann ist das ja gar nicht seriös nein das kann nicht sein hier ist ja extra ein x3 abgebildet schon so richtig schön richtig schön ausgeschnitten also das muss echt sein hier steht es an einem riesengroß drauf die teilnahme sogar kostenlos okay die mail selber wurde wieder an eine uni unimedizin in dem fall unimedizin minus mainz.de jetzt kriege ich gleich noch schluck auf vor schreck an die frau corlenia steutner geschickt also bin auch nicht ich aber kein problem wenn ich die mail schon mal bekommen habe an einem x3 gewinnspiel da nehme ich auf jeden fall teil achtung das ist definitiv ein phishing versuch das sage ich gleich vorher es wird versucht hier daten von euch zu bekommen wir versuchen das jetzt auch nacheinander alles mal durch zu klicken die webseite selber existiert definitiv nicht das ist also einfach nur eine art verteiler die webseite vielleicht gibt es die domain sogar aber hier drauf sind einfach nur über verteiler liegt vielleicht irgendwo im ausland so lange bis es halt gesperrt wird und dann gibt es eine neue domain und solange wird halt wie verrückt spam verteilt ihr habt ihr schon gesehen ich habe schon zwei spam mails mit unterschiedlichen inhalten bekommen okay wollen wir doch mal an diesen gewinn teilnehmen lustig erstmal hier schon das ist alles ein bild wir können einfach mal maus zeiger nehmen können das mal rüber sehen ihr seht das ist alles ein bild also scheißegal welche antwort ich jetzt hier unten auswähle ich werde auf jeden fall auf denselben link weitergeleitet denn ob ich jetzt hier ins weiße klicke ihr seht das immer hier unten links ob ich jetzt hier ins weiße klicke oder hier über diese dinger fahr ich werde immer nach lukeinen punkt group slash lukeinen slash index punkt html geleitet egal wo ich mein maus zeiger hin bewege ihr seht das ist überall dasselbe weil das eben der link zu diesem bild hier ist aber wir gehen mal davon aus wir sind nicht so clever und für was steht die abkürzung bmw für bayerische motoren werke oder für bin dann mal weg klar ich bin ja nicht bescheuert ne natürlich für bin dann mal weg so das haben wir einmal weiter geleitet zweimal weitergeleitet oh jetzt haben wir langen link dreimal weitergeleitet viermal weitergeleitet worden wir so das haben wir allein hier oben das kann man hier oben relativ schnell sehen und jetzt sind wir nicht mehr auf was war das hier lukeinen sondern jetzt sind wir auf mitmachen und belohnt werden punkt de a ja gut jetzt haben wir hier einen timer das ist lustig den teilen haben sie selber nicht geschafft bei 1 20 zu zu kopieren weil das sofort los läuft wenn man hier drauf geht eine minute solange quassel ich euch noch zu haben wir dann hier ah jetzt haben sie das hier unten ausgeschaltet dass man nicht sieht wo man hingeleitet wird das ist ja auch interessant schade sonst hätte man hier gleich mal noch ein bisschen was sehen können man könnte jetzt in die quelltext schauen aber so weit wollen wir gar nicht reingehen wir sind ja nur ein ganz normaler user der einfach nur ein bmw gewinnen will jetzt bin ich erstmal gespannt was passiert wenn der timer abgelaufen ist so lange warten wir jetzt einfach einmal ihr seht also wir werden schon allein durch die ganzen weiterleitungen das kann niemals seriös sein wer bitteschön registriert sich eines so dermaßen bescheuerte in domain www mitmachen und belohnt werden punkt de nur um dann bmws zu verschenken das ist doch bescheuert es gibt absolut nichts was die webseite hier bringt die haben nicht mal werbung geschalten nichts die ist einfach nur da also bis jetzt total unseriös aber wir gucken einfach mal ein sendeschluss der 31 12 um 24 uhr nicht um 0 uhr sondern um 24 uhr müsste eigentlich 23 uhr 59 heißen denn um genau zu sein 24 uhr gibt es nicht die aktion ist ah hier steht mal wieder was anders und wird nach teilnahme bedingungen wo kommen wir denn dahin mitmachen und belohnt werden oh guck mal wie sich sogar unten der link ändert und garantiert durchgeführt oh jetzt ist die zeit abgelaufen oh wir haben nur noch null sekunden zeit oh mein gott ob die jetzt schon vorbei sind die null sekunden nein wir warten mal lieber noch ein bisschen also einfach nur ein ganz sinnloses flash was einfach von a nach b läuft also ihr seht sinnlose zahlen super ausgeschnittener bmw super webseite allgemein die webseite selber zeigt schon das muss ein bmw sein und wir wissen natürlich bmw steht für bin dann mal weg wir klicken einfach mal drauf wir scheinen richtig ausgewählt zu haben denn jetzt kommen natürlich auf mitmachen und belohnt werden scheißegal was wir von der auswahl ausgewählt haben denn wir haben überhaupt hier oben gar kein gar kein nix in der domain drin stehen oder nichts in der url drin stehen dass das übernommen worden ist was wir gerade eben ausgewählt haben das ist einfach nur weitergeleitet worden wir hätten glaube ich auch den bmw drücken können wenn ich jetzt hier meine daten auswähle also schon mal lustig wenn ich her auswähle dann kommt schon mal verstopfungen im darm aha verstopfungen stärken so also ich habe nur einmal auf her geklickt haben schon die erste werbung wenn ich jetzt der vorname reingeben kommt leider nichts weiter aber eingabe korrigieren wenn wir jetzt hier unsere daten eintragen denke ich mal dass jeder so weit denken kann dass diese daten nicht für den bmw auch genutzt werden sondern dass das hier eine phishing seite ist das wird sicherlich dann noch weitergehen mit irgendwelchen e mail adressen e mail wird hier schon verlangt also vorname nachname e mail wird hier schon verlangt und später werden dann sicherlich noch kennwerte eingegeben oder irgendwelche zusätzliche sachen als hier werden daten von euch genommen und diese daten werden selbstverständlich nicht genutzt um einen x3 an euch zu verlosen ich hoffe mal das ist jedem klar also das das hier ist sehr primitives beispiel aber sowas könnte zum beispiel auch eine nachgebaute bmw webseite sein wo dann eben wirklich keine ahnung hier oben vielleicht noch bmw drinsteht habe ich euch schon mal mit dem puni code gezeigt wie das funktioniert und dann könnte man natürlich schon auf den verdacht kommen mensch ja versucht mir wirklich jemand ein seriöses bmw auto haus zum beispiel versucht mir hier eine bmw zu verschenken dass die webseite hier nicht stimmt ist klar wir schließen mal die webseite soll auch genügen wir löschen mal die mail schade und das schöne um die dauer die frau silge bertram haben wir als letztes die frau silge bertram die kennen wir ja schon die hieß ja vorhin schon ein bisschen anders die hat ja noch einen zweiten vornamen die hat übrigens auch noch einen dritten und vierten vornamen zwar heißt sie auch noch hans peter und hat auch noch einen weiteren nachnamen und noch eine weitere domain die hat ja vorhin irgendwie ein problem mit der domain gehabt und zwar hat die auch noch ökosun.de nur gucken wir einfach mal hier rein ob es denn die ökosun.de domain überhaupt gibt öko-sun.de ist schon mal eine webseite die funktioniert eine webseite die so wie es aussieht sich um solartechnik kümmert ja genau so gucke ich auch gerade ja ökosun schon mal eine webseite die nicht verschlüsselt ist also schon mal eher negativ aber es kann gut möglich sein dass das eine was das denn ja okay es kann gut möglich sein dass das natürlich eine seriöse webseite ist eine seriöse anbieter wollen wir jetzt auch nicht in frage stellen das lassen wir einfach mal draußen hin diese webseite macht auf jeden fall schon mal mehr wie soll ich sagen die macht schon mal mehr aus die fühlt sich schon mal besser an wie gerade eben diese bmw webseite auf ersten blick sieht die erstmal seriös aus bis auf dass er halt nicht verschlüsselt ist das sollte meine der heutigen zeit auf jeden fall mitmachen aber gut jetzt kann gut möglich sein dass die frau silge bertram natürlich bei ökosun arbeitet und ich dort halt wirklich eine rechnung habe ich persönlich habe eine mietwohnung ich wüsste gar nicht wo ich so laub händel anbringen soll aber wir wissen wieder kann ich sagen wieder der name stimmt wieder nicht weder vorname noch der nachname noch habe ich irgendwie was mit dieser webseite zu tun also schon mal sehr merkwürdig wurde direkt an mich verschickt meine mailadresse wie gesagt raus zu finden ist jetzt nicht sonderlich schwierig und sie schreibt mir guten morgen bezugnehmend auf unsere telefonate vom 10 und 15 mai also schon etwas länger her möchten wir uns noch mal nach dem stand unserer rechnung erkundigen falls der betrag noch nicht angewiesen wurde bitten wir auf überweisung auf unser konto bei der bank das lustige an diesem text ist erst einmal die telefonate habe ich am 10 und 15 geführt und sie brauchte erst mal okay okay entschuldigung ich dachte die kam heute die mail am 18 hat sie mir die mail geschrieben also gut innerhalb von drei tagen hat sie dann gefragt gut am 15 gesagt habe ich über weise es drei tage später schreibt sie mir schon eine mail finde ich jetzt persönlich wieder zu kurz aber okay gehen wir jetzt mal einfach so hin jetzt ist als nächstes sie bittet auf überweite um überweisung auf unser konto bei der bank das lustige ist es ist weder ein rechnungsbetrag angegeben noch ein konto noch eine bank sie haben einfach nur ein konto bei der bank das ist die bank aller banken scheinbar die hat keinen namen die bank das ist einfach das konto das ist die silge bertram bei der bank das ist einfach das ist halt einfach die bank es ist nicht irgend so eine kleine bank so eine kleine sparkasse oder so sondern das ist das die bank meine ich also schon mal sehr komisch sie freut sich auch weiter auf unsere zusammenarbeit das ist auch immer lustig bei der rechnung aber okay kann also hier bisher auch schon mal irgendwie nicht stimmt so ein menschenverstand sagt ökosan.de habe ich nichts zu tun gucken wir mal weiter die selber schreibt angeblich von hans peter von der ökosan schickt uns aber wieder was was falsches die frau silge bertram hat das mit den links irgendwie nicht so richtig drauf und zwar von tridog oder tridog entschuldigung tridog.extreme.com .bd slash rechnungs slash das war es ist also wieder ein verzeichnendes link mit etwas glück kann uns die frau silge bertram jetzt endlich unseren virus schicken ging ja vor mit der neuen mail noch nicht das heißt wir haben hier schon mal zwei unterschiedliche mail adressen wir haben zwei unterschiedliche namen wir haben keinerlei angaben zu irgendwelchen rechnungen sondern nur ein link ein link zu einem verzeichnis nicht einmal zu einer rechnung sondern zu einem verzeichnis okay kann also definitiv nur was schlechtes sein es ist mit bei dieser mail ist das zu 100 prozent schadsoftware jetzt drückt mir die daumen wenn ich jetzt hier draufklicke dass auch die software runtergeladen wird oh es funktioniert ach es funktioniert nicht chrome hat leider erkannt dass das nicht ach schade ich hätte euch so gern gezeigt dass das ein schöner virus ist aber okay also gucken wir doch mal können wir das sehen wenn ich jetzt den link in einen neuen tab öffnen ja schade ich kann den links selber ach der link selber wird mir halt wirklich dahin geleitet damit wird dann ein skript ausgeführt was ich schon erzählt habe und dann wird halt das zeug runtergeladen und gleichzeitig der tab wieder beendet und alles das ist halt jetzt ein bisschen toll ich habe gerade geld bekommen danke amazon aber das muss doch nicht währenddem ich hier auf egal also ihr habt gesehen ich lade hier was runter in dem fall unzureichende berechtigung ich zeige euch das ja mal ich zeige euch das mal so hier die unzureichende berechtigung liegt daran chrome beziehungsweise auch mein antivieren programm ich selber nutze avira übrigens das hat in dem fall schon erkannt bevor ich das herunterlade dass das unmöglich echt sein kann diese datei diese verzeichnis hat zwar punkt doc hintendran das ist richtig es ist aber kein dock dokument das habe ich vorhin schon mal erklärt es ist eine ausführbare dokument aber wenn ihr statt punkt exe einfach punkt doc schreibt dann wird eben das logo geändert weil windows denkt ab ist ein dokument muss ja das logo rein und in wirklichkeit ist es eine exe wenn ihr draufklickt führt ihr trotzdem die exe aus auch wenn die anders heißt und da müsst ihr mal aufpassen das ist also definitiv schad software in dem fall hat chrome das sogar schon mitbekommen das ist also wirklich so schlecht gemacht dass selbst mein browser sagt moment mal ein bisschen total bescheuert leider liebe frau silge bertram kann ich dir auch diesen gefallen nicht tun hätte ich ja gar nicht mein backup machen müssen okay ihr habt jetzt gesehen es gibt viele dinge auf die ihr achten müsst bei einer mail wenn eine mail per rechnung kommt ist der ganz klare erste punkt der gesunde menschenverstand habe ich bei dieser firma jemals eine rechnung einen betrag verursacht habe ich da überhaupt jemals was machen lassen wenn ich schon mal bei ökosan beispielsweise was eingekauft habe habe meine solar panel vor weil sollte ich zehn tage bei mir aufs dach montieren lassen und dann schreibt der hans peter schreibt mir die rechnung ist noch offen dann sollte ich schon mal rein schauen wenn ich persönlich aber noch nie was bei ökosan gemacht habe dann kann ich wenn ich alleine diese absender adresse hier oben sehe kann ich bereits den löschen button verwenden weil unmöglich was von denen kommen kann die irgendwas von mir wollen wenn die irgendwas anders wollen was außerhalb von rechnungen oder irgendeinem vertrag ist oder so weiter können die mir schriftlich gern anschreiben ich habe zu hause briefkasten ich habe zu hause die möglichkeit dass ich die briefe empfangen kann und damit könnt ihr mir anschreiben und dann geht es los aber ihr müsst verstehen wenn das nie sein kann diese rechnung kann unmöglich legal sein ganz einfach ihr habt nie was machen lassen also da ist der gesunde menschen verstanden und phishing hier gezeigt mit dem bmw x3 das kann natürlich auch ein bisschen intelligenter sein es gibt durchaus webseiten oder leute die sich hinsetzen und zum beispiel die gesamte paypal seite eins zu eins nach kopieren die ganzen bilder von der original webseite runterladen und auf eine fremde seite wieder hochladen da könnt ihr in erster linie schauen stimmt denn hier oben wirklich die domain bin ich denn wirklich auf paypal.de oder bin ich irgendwo anders wenn ich da auf was weiß ich ja keine ahnung mitmachen und gewinnen punkt.de und sieht halt die webseite auch genauso aus und wenn ihr unsicher seid dann geht einfach selbst auf paypal.de öffnet einfach einen neuen tab und geht dorthin öffnet niemals links in diesen e mails niemals selbst bei seriösen mails müsst ihr nicht auf die links klicken wenn eine seriöse mail kommt so wie gerade eben bei mir von amazon ich muss nicht auf die links in dieser mail klicken ich kann persönlich einfach auf amazon.de gehen und befinde mich definitiv auf der richtigen seite ich werde auf dieser seite mich dann einloggen können und ebenfalls die nachricht bekommt dass ich so eben gerade in meinem fall eine auszahlung bekommen habe also denkt nochmal drüber nach niemals auf links klicken und wirklich die mails anschauen und dann sieht man eigentlich auf den ersten blick dass die mails nicht echt sind also die frau silke bertram zum beispiel hat mehrere namen heißt hans peter heißt nochmal irgendwie anders habe den anderen namen vergessen also ihr müsst einfach nur ganz kurz gehörn entscheiden spam und phishing angriffe sind grundsätzlich allein mit dem gesunden menschenverstand ja wie soll ich sagen überwindbar ja also wer spam bekommt das fliegt im junk mail ordner der junk mail ordner wird bei den mailprogrammen eigentlich automatisiert ausgeräumt und somit müsst ihr euch um nichts kümmern alles was da drin ist ja sollen sie es schreiben das wird eh gelöscht ja wenn sich jemand so viel mühe macht und erst es schreibt okay okay ich hoffe mal auch wenn es relativ langes video gewesen ist ich hoffe mal es ist klar geworden dass man mails relativ leicht entdecken kann manche mails sind ein bisschen besser gemacht da hat man das noch umleiten lassen dann sieht das auch seriös aus aber wenn ihr nie auf links klickt wenn ihr euch einfach diese regel stellt selbst bei seriösen emails wenn ihr nie drauf klickt könnt ihr kein opfer von phishing angriffe werden ganz einfach ich bedanke mich auf jeden fall erstmal fürs zuschauen wenn noch irgendwelche fragen oder anmerkungen sind die kommentarfunktion ist ja immer vorhanden wir sehen uns im nächsten video und bis dahin macht's gut